Gitarre, Gitarre, Trommeln und noch Schlagzeuge. Und ich möchte heißen Freddy Mercury. Noch ein gelbes Süßes. Aber warum willst du Freddy Mercury heißen? Weil ich lieb dich. Du möchtest heißen. Wie? Freddy Mercury möchtest heißen. Warum? Weil das so ist. Okay. Aber welches Lied gefällt dir am besten? Mäuschen Perlen. Ja. Aber welches Lied gefällt dir Matthias? Weiß... Weiß ich... We have a Champions? Mäuschen Perlen. Mäuschen Perlen. Mäuschen Perlen. Mäuschen Perlen. Aber ich bestimme dann was ich singe, ja? Ja. Ich bestimme dann was. Okay. Okay. Dann sag ich es, wenn ich groß bin. Dann verrat ich es, ja? Ja. 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 Wänden. Vielen Dank.